Hallo, die Zeitzonenkarte, die ist sicherlich jedem bekannt. Wir haben die Welt in unterschiedliche Zeitzonen von einer Stunde Versatz eingeteilt und in die eine Richtung muss man eben Stunden abziehen, um die genaue Uhrzeit zu haben und in die andere Richtung müssen wir Stunden dazu zählen. Soweit bekannt, soweit unspektakulär. Ja, schwieriger wird es, wenn wir jetzt halt spezielle Zeitangaben finden, weil wir wissen zwar diesen Umstand, aber wie die Bezeichnungen dann der Zeitzonen sind, das hat sicherlich niemand oder nur wenige auswendig gelernt. Aber da hilft zum Beispiel die Seite Time & Date, die hier einfach eine Liste mit allen Abkürzungen bereitstellen, so dass ich sehr schnell erkennen kann, welche Zeitzone es ist, wie sie ausgeschrieben heißt und wie die Zeitverschiebung nun genau ist. Damit ich das nicht manuell machen muss, gibt es verschiedene Dienste, die eben solch eine Zeitzonenkonverter bereitstellen, wo ich einfach das Datum Uhrzeit eingebe und bekomme dann eben heraus, wie die Zeit ist. Das wäre hier der Timezonekonverter oder hier Timeby, wie auch immer. Ja, die rechnen das einem um in die lokale Zeit und dadurch hat man dann auch eine gute Zeitangabe. Ja, neben den Zeitzonen gibt es aber auch noch andere Zeitangaben, die man verstehen sollte. Zum Beispiel, das ist jetzt, denke ich, alles relativ klar, Jahr, Monat, Tag und jetzt taucht hier auf einmal ein T auf, was vielleicht zur Verwirrung führen kann. Aber hier beim W3C steht eben, dass das T einfach nur eingefügt wurde, um den Beginn des Zeitelements, also der Uhrzeit, zu definieren. Das heißt, dieses T trennt im Endeffekt Jahr, Monat, Tag von Stunde und Minute hier in diesem Fall. Und TZD steht dann für die Timezone, das sehe ich dann hier hinten, plus 1. 1, also UTC oder GMT plus 1. Das wäre die Zeitzone, aus der diese Zeitangabe stammt. Es gibt da unzählige Notationen, die man finden kann. Da hilft diese Seite, um ein bisschen einen Überblick zu kriegen. Aber es gibt auch noch andere Zeitzonen, zum Beispiel den Unix Epoch Timestamp oder auch kurz Unix Timestamp. Der bezieht sich auf den 01.01.1970, der Geburt von Unix sozusagen. Und das ist die Anzahl der Sekunden seit dem 01.01.1970. Den gibt es in unterschiedlichen Formaten, mit 10 bis 19 Stellen. Man muss sie halt immer größer machen, weil irgendwann läuft halt dann so ein Timestamp auch voll. Vielleicht erinnern sich noch einige an das Jahr 2000, als man befürchtet hat, dass es da zu größeren Problemen kommt, weil eben das Jahr 2000 damals im Windows-System nicht vorgesehen war und der Timestamp dann einfach voll gelaufen wäre, wenn man nicht rechtzeitig präventive Maßnahmen ergriffen hätte, sprich den Timestamp einfach größer gemacht hat. Auch hierfür gibt es Hilfsmittel, wie zum Beispiel diese Seite, die einem so ein Unix Timestamp, den ich hier einfach reinkopiere, in die Echtzeit umformatiert. Oder diese Seite, die das eben für den Apple Timestamp macht, der sich auf den 01.01.2001 bezieht. Davor gab es auch noch einen anderen Timestamp bei Apple. Aber der aktuelle Zeitstempel ist eben dieser Cocoa Core Timestamp und den kann ich hier zum Beispiel umrechnen. Das war es schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.